Das sind die Robben, die links und rechts am Kopf kleine Öhrchen haben. Und beim Laufen an Land, wie uns der UNESCO gleich zeigt, ihre Flossen die Beine unter den Körper klappen können. Und damit sind die auch an Land relativ flott unterwegs. Jetzt ist es flott losmarschiert auch jetzt. Klippen hoch. Genau so. Die andere Gruppe sind die Hundsrobben, da wird der Seehund dazu oder die Kegelrobbe. Die haben keine Ohrmuscheln, nur Ohrlöcher. Und wie läuft der Seehund an Nord- und Ostsee rum? Zeig das mal an Land. Wie sieht das bei den Hundsrobben aus? Kann man nicht anders. Ohne Beine. Genau so. Auch wichtig für alle Zootiere ist ein gutes Verhältnis zu den Blöder. Dass man die Tiere ran kommt und sie anfassen kann. Aber der Tierarzt mitnehmen kann für kleinere Untersuchungen oder Behandlungen. Hier sieht man, dass die Seehund tatsächlich ein richtiges Fell haben. Nicht nur Haut wie die Wale und die Delfine. Das ist ein kurzes Fell ohne wärmende Unterwolle. Wenn wir einen Wärmehaushalt haben, die sehen wir ja ja die Geschlecht hinterher. So, dann sind wir für das Erste mit dir nämlich schon fertig. Dankeschön fürs Mitmachen. Und die Evi kommt zu mir. Evi ist unser altes Weibchen. Einmal rüber an deinem Platz. Hallo Evi. Evi ist 2001 im Wuppertal geboren. Und auch bei dir schauen wir mal auf die Zähne. Zeig was noch übrig ist davon. Gut. Und auch du kommst mit dem Salzwasser. Einmal in die Nase rein. Da läuft dich zu den Ohren. Und schön die Augen offen lassen unter Wasser. Einmal noch. Und auch wieder ganz nach oben. Auch dich schauen wir mal an von allen Seiten. Erst nach vorne hin. Die Evi ist ein ausgewachsenes Seelöwenweibchen. Größer werden die gar nicht. Im Durchschnitt so 1,50 Meter lang. Und vom Gewicht her 80, 90 Kilogramm schwer. Bei der Evi könnte das auch mal gut 100 Kilo sein. Einmal noch. Und du zeigst mal wie groß der 1,50 Meter ist bei den Mädels nochmal. So. Der ist die. Ist doch in der Wald. Richtig mit. Richtig mit. Vom Alter her können die Zähneweibchen so gute 25 Jahre alt werden. In der Natur draußen so 16 bis 17 Jahre. Die Böse sprach. Aufsicht. So, dann gibt es für dich noch einen Tisch. Es sieht aus, Abschiedsschmatz für mich. Und lieber auf die Insel. Du, nicht. Das ist der alte Evi. Bist du alleine, dann möge ich dich. Gettekomme, wenn ich das. Kriegst du noch? Auf, beide zu mir, beide zu mir und beide einmal links rumdrehen, auf geht's, links rum, ab, nochmal rum, eine Runde noch, richtungswechsel, rechts rum, auf geht's, eine rum, so, die zwei Mädels sind natürlich noch nicht aufgewachsen, da dauert es noch, zwei, drei Jahre, bis die so groß sind wie die Evi, die große ist er jetzt schon, auf, hallo, mitmachen, respekt, nochmal, jetzt du auch, was ist mit dir los, sehr gut, und geht auch beide mit ins Salzwasser, auf geht's, beide mitkommen, beide mit, Beide, beide mit.